Hey, hier ist Christian und in meinem heutigen Video möchte ich euch meinen Testbericht zum Oppo A91 zeigen. Mit dem A91 möchte man den aktuellen Mittelklassebereich angreifen und gibt dem Kunden unter anderem ein AMOLED-Display, einen großen Akku und eine Vierfachkamera auf der Rückseite an die Hand. Ob das Debüt von Oppo geklappt hat, wo die Stärken und Schwächen liegen, das zeige ich euch in den nächsten Minuten meines Videos. Nun wünsche ich euch aber viel Spaß! Beim Design zeigt uns Oppo nicht wirklich etwas Neues. So ist weder die Waterdrop Notch auf der Vorderseite noch die vertikal gestellte Vierfachkammer auf der Rückseite eine Neuerfindung. Hier bekommt der Kunde ein durchaus vertrautes Design an die Hand. Das Gehäuse besteht aus Glas und Kunststoff, wobei ich sagen muss, dass auch letzterer gut verarbeitet wurde. Hinsichtlich der Verarbeitungsqualität gibt es keine Probleme. Auf der rechten Seite befindet sich der Ein- und Ausschalter, genau gegenüberliegend und damit auch sehr gut positioniert, die zweiteilige Lautstärkewippe, sowie der Slot für SIM und MicroSD. Die Buttons haben allesamt gute Druckpunkte. Auf der Unterseite befinden sich der einzige Lautsprecher, USB-C-Port, Mikrofon für Telefonate und eine 3,5mm Klinkenbuchse. Mit einem Gewicht von 172g und einer Dicke von 7,9mm ist das A91 gut aufgestellt. Aufgrund dessen, dass Oppo schimmernde Farben verwendet und die Rückseite hochglänzend ist, werden Fingerabdrücke aber sehr schnell angezogen. Eine IP-Zertifizierung besitzt dieses Smartphone nicht. Im Inneren des A91 werkelt ein Mediatek P70-Prozessor. Dazu kommen 8GB Arbeitsspeicher und 128GB interner Speicher. Zumindest die Speichervarianten fallen sehr üppig aus. Hinzu kommt ein 4025mAh starker Akku, der via 20W Netzteil innerhalb von 30 Minuten wieder zu 50% geladen wird. Eine vollständige Ladung gibt es nach gut 80 Minuten. Obwohl im A91 ein relativ großer Akku verbaut wurde, schaffte ich es bei normaler Nutzung im Alltag meist nur auf Laufzeiten zwischen einem bis maximal 1,2 Tagen. Dazu gehörten Surfen, Whatsappen, bei Social Media vorbeischauen und 1-2 Stunden Musik hören. Bei meinem YouTube-Test im WLAN mit 50% Helligkeit und Lautstärke kam ich auf einen durchaus guten Wert von 14,5 Stunden. Dieser steht etwas entgegen des normalen Nutzungsverhaltens. Hier hatte ich jedoch das Gefühl, dass im Alltag der Akku nicht ganz die Leistung erbringt, wie zum Beispiel beim dauerhaften Videos schauen oder Musik hören. Die Performance des MediaTek P70 kann mit einem Wort als durchschnittlich bezeichnet werden. Anwendungen werden mit einem leichten Verzug geöffnet, befinden sie sich dann aber einmal im Speicher, so ist das in App-Scrolling bei Social Media Apps aber meist gut. Wie auch bei den Mitbewerbern gibt es hier und da mal ein Hakler, aber generell befindet sie sich noch in einem durchschnittlichen Bereich. Vergleichbar ist sie hier mit der Leistung eines Kirin 710 von Huawei. Man kann damit auch neueste Spiele zocken, jedoch darf man hier nicht die höchsten Frameraden und das flüssigste Spielerlebnis erwarten. Der Mono-Lautsprecher klingt bis zu 80% gut und vor allem sehr klar. Mir sind die Höhen jedoch etwas zu spitz und die Bässe zu sehr im Hintergrund. Über 80% wird der Lautsprecher zusehends und sauberer. Der Fingerabdrucksensor hingegen machte eine sehr gute Figur. Schnell und zuverlässig sind hier die Attribute, die für diese Mittelklasse sprechen. Persönlich war er mir jedoch etwas zu tief positioniert, wodurch das Gerät sehr schnell kopflastig werden kann. Bei einer Display-Diagonale von 6,4 Zoll löst das Super AMOLED-Display mit Full HD+, sprich 2400 x 1080 Pixeln, auf. Das ist für diesen Preisbereich ein absolut typischer Wert und auch die Eigenschaften des Displays sind durchaus gut. Das Seitenverhältnis beträgt übrigens 20 zu 9. So besitzt es nicht nur eine gute Helligkeit, um auch unter Sonneneinstrahlung abgelesen werden zu können, sondern auch eine hohe Blickwinkelstabilität, Superkontraste und knackige Farben. Was das Display nicht zu bieten hat, die Konkurrenz aus dem Hause Samsung jedoch, ist ein Always-On-Display, um Informationen auf dem Sperrbildschirm ablesen zu können. Hier gibt es lediglich eine Anzeige der Uhrzeit. Auf der Rückseite kommt eine 48-Megapixel-Weitwinkelkamera mit f1.7-Blende, 8-Megapixel-Ultraweitwinkel und 119-Grad-Blickfeld, sowie eine 2-Megapixel-Schwarz-Weiß-Linse und 2-Megapixel-Porträtkamera zum Einsatz. Videos können hier in maximal 1080p aufgenommen werden. Auf der Vorderseite gibt es dann noch eine 16-Megapixel-Frontkamera mit f2.0-Blende. Die Oberfläche der Kamera ist für meinen Geschmack mit zu vielen Punkten übersät. So kann ich zwar per Touch einen einfachen, zweifachen oder auch fünffachen Zoom aussuchen, für den Wechsel in den Ultra-Weitwinkel-Modus muss ich jedoch in die obere Navigationsleiste gehen. Dort gibt es dann auch die Möglichkeit, HDR zu aktivieren, Filter anzuwenden oder in die allgemeinen Einstellungen zu switchen. Bilder der normalen Weitwinkelkamera sehen bei Tageslicht durchaus gut aus, mit einer natürlichen Farbdarstellung und akzeptablen Schärfe. Geht man dann allerdings schon in den zweifachen Zoom-Bereich, so wird das Bild deutlich überschärft und Details gehen verloren. Bei fünffacher Vergrößerung ist dieser Umstand noch deutlicher sichtbar. Weiterhin habe ich festgestellt, dass der Fokus hin und wieder Probleme macht, sodass ich mehrmals auf ein Objekt halten musste, um es scharf zu bekommen. Videos können nur in Full HD aufgenommen werden und besitzen keine optische Stabilisierung. Generell wäre das kein Problem, wenn ich die Kamera im Videomodus Belichtungsprobleme hätte und deutliche Artefakte bzw. Unschärfen im Bild auftreten. Für Videografen ist diese Kamera daher weniger geeignet. Bilder der Ultra-Weitwinkelkamera sehen auf einem Smartphone gut aus. Bei der Betrachtung auf einem Monitor sieht man dann aber auch deutliche Unschärfen, die vor allem im Randbereich sichtbar sind. Bei schlechten Lichtbedingungen hat der Kunde die Möglichkeit, Fotos ganz normal in der Automatik zu machen oder auf einen Nachtmodus zuzugreifen. Je nach Lichtsituation sind Bilder im Nachtmodus deutlich heller und bringen mehr Details und Strukturen zum Vorschein. Es kommt aber auch sehr oft vor, dass hier die Bilder extrem scharf gezeichnet aussehen und dadurch wieder zu körnig wirken. Daher ist es manchmal so, dass die Bilder in der Automatik besser aussehen. Generell würde ich die Bilder bei Lowlight aber eher in einem Bereich von durchschnittlich bis ausreichend einordnen. Besser ist da der Portrait-Modus, der Objekte für diesen Preisbereich zufriedenstellend freistellt. Bei der Software setzt Oppo noch auf Android 9 und der eigenen Oberfläche ColorOS 6.1. Nach meinem Unboxing war ich etwas überrascht über diesen Umstand, da diese Oberfläche nicht mehr State of the Art ist. Vom Design erinnert sie an Oberflächen von vor drei bis vier Jahren. Grafiken sind sehr groß und lieblos gestaltet und haben nichts mit der aktuellen Oberfläche und der Android 10 auf Oppo-Geräten gemein. Man kann zwar auch mit dieser Oberfläche Hintergründe ändern und all das, was auch auf anderen Smartphones geht, aber eben nicht ganz so hübsch. Android 10 wurde leider erst für August 2020 angekündigt. Im Fazit hinterlässt das Oppo A91 bei mir einen sehr zwiegespaltenen Eindruck. Gut waren vor allem das Display, die Verarbeitung, der Fingerabdrucksensor und mit leichten Abstrichen auch der Lautsprecher. Auch die angebotenen Speichervarianten sind sehr gut und bei der Konkurrenz eher selten zu finden. Die Performance und Akkulaufzeit im Alltag würde ich als durchschnittlich einordnen, da hier vor allem die Prozessoren von Qualcomm energiesparsamer, aber auch deutlich potenter sind. Nicht wirklich gut hat mir die Kamera gefallen, da sie vor allem im Ultra-Weitwinkel, Nachtfotografie und auch bei Teleaufnahmen doch deutliche Schwächen gezeigt hat. So waren es oft zu scharf gezeichnete Bilder bzw. Bilder, die mit Artefakten zu kämpfen hatten. Aber auch die Videoleistung ist für diesen Preisbereich nur ausreichend. Alles in allem gibt es von mir für das Oppo A91 leider nur eine bedingte Kaufempfehlung, da ich vor allem bei der Akkulaufzeit und der Kamera etwas mehr erwartet hätte. Und damit bin ich auch schon am Ende meines Testberichtes zum Oppo A91 der neuen Mittelklasse aus dem Hause Oppo und bedanke mich an dieser Stelle, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich riesig freuen, wenn euch das Video gefallen hat, ihr ein Like oder Kommentar hinterlasst, aber natürlich auch bei den zukünftigen Videos einschaltet. Bis dahin, macht's gut und ciao!